Legen Sie sich mit Ihrer Wirbelsäule längs auf die Soft X Pilates Rolle und strecken Sie Ihre Arme senkrecht nach oben. Während Sie tief einatmen, bewegen Sie Ihre Arme weiter nach oben. Beim Ausatmen ziehen Sie Ihre Schulterblätter wieder bis zur Pilates Rolle. Alternativ können Sie diese Übung auch wechselseitig durchführen. Konzentrieren Sie sich bei der Ausführung immer nur auf einen Arm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017